Am Rheinfall, ganz viel Wasser zurzeit. Echt massenweise runter. Ganz viel Treibholz, sieht toll aus. Richtig schön. Das Mühlrad am Rheinfall. Ja, hier sieht man nicht so gut. So sieht es toll aus. So viel Wasser. Was? Kommt alles aus dem Bodensee? Ja, das kommt glaube ich noch aus der Vor. Ja. Aber sonst gibt es noch nicht ein rotes Bild, wenn ich noch reingehe. Bist du eine Kletterin? Ja. Hallo? Hallo? Jetzt? Genau. Ich hoffe jetzt wieder runter. Wer kommt da? Ja. 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 Was machst du? Ja. 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 Nein. 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 Da nicht. Ja. Ja. Fuß. Dann. Hand hoch. Genau. Da. dann kommt sie nicht hin ein bisschen höher, geht noch nicht dann musst du erst den Fuß hoch dann balancieren das ist ein Sprachschutzkies, Cora kein Sandkast fahrrad fahrrad spautre fahrrad fahrrad